Du suchst nach einer Zusammenfassung von Nathan der Weise? Dann bist du hier genau richtig. In unserem Video erfährst du alles Wichtige zum Inhalt und den Figuren. Los geht's! Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. Nathan der Weise ist ein Drama von Gotthold Ephraim Lessing und wurde 1779 veröffentlicht. Du kannst es in die Epoche der Aufklärung einordnen. In dem Werk geht es um den jüdischen Kaufmann Nathan, der den christlichen Tempelherrn Kurt von Staufen und den muslimischen Herrscher Saladin von der Gleichheit aller Regionen überzeugen kann. Damit du die Handlung von Nathan der Weise besser verstehst, stellen wir dir als erstes die wichtigsten Charaktere vor. Die Hauptfigur ist der Jude Nathan, der für seine Toleranz und Großzügigkeit bekannt ist. Er handelt immer vernünftig und weise und bringt seine Mitmenschen oft dazu, ihre eigenen Ansichten zu hinterfragen. Seine Adoptivtochter Recha liebt ihren Vater über alles. Sie bewundert ihn für seine vernünftige Art. Recha selbst ist dagegen manchmal etwas träumerisch. Bei Nathan und Recha wohnt außerdem Rechas christliche Erzieherin Daya. Dann gibt es noch den christlichen Tempelherrn Kurt von Staufen. Anfangs hat er noch viele Vorurteile gegenüber Juden, wird aber im Laufe des Dramas immer toleranter gegenüber anderen Religionen. Der Sultan Saladin ist ein muslimischer Herrscher, der Kurt vor einer Hinrichtung bewahrt hat. Er steckt finanziell in der Klemme und möchte sich von Nathan Geld leihen. Super, jetzt weißt du über die wichtigsten Charaktere Bescheid. Aber worum geht es denn in Nathan der Weise? Das Drama spielt zur Zeit der Kreuzzüge in Jerusalem um das Jahr 1190. Unter einem Kreuzzug verstehst du einen Krieg zwischen Christen und Anhängern anderer Religionen. Die christlichen Kämpfer nennst du Tempelherrin. Als Nathan von einer Geschäftsreise zurückkehrt, bekommt er einen großen Schreck. In seinem Haus in Jerusalem hat es einen Brand gegeben. Doch glücklicherweise konnte ein Unbekannter seine Tochter Recha aus dem brennenden Haus retten. Es stellt sich heraus, dass es sich bei Rechas Retter um den Tempelherrn Kurt von Staufen handelt, der kurz zuvor von Sultan Saladin begnadigt wurde. Saladin ließ Kurt aus einem ganz bestimmten Grund nicht hinrichten. Der Tempelherr erinnert Saladin an seinen verstorbenen Bruder. Nathan möchte Kurt für die Rettung seiner Tochter danken. Kurt ist aber misstrauisch gegenüber Juden und möchte mit Nathan wegen seiner Religionszugehörigkeit nicht reden. Bei Sultan Saladin sieht es währenddessen nicht gut aus. Er ist vollkommen pleite und seit einiger Zeit bezahlt seine Schwester alle seine Ausgaben. Da Nathan für seine Großzügigkeit und seinen Reichtum in ganz Jerusalem bekannt ist, überlegt Saladin, wie er Nathan um Geld bitten könnte. Nathan versucht erneut, mit Kurt in Kontakt zu kommen. Als er ihn anspricht, reagiert der Tempelherr abweisend. Doch nach einiger Zeit merken die beiden, dass ihre Ansichten über Glaube und Religion übereinstimmen und sie freunden sich an. Das Gespräch der beiden wird von Daya unterbrochen. Sie überbringt Nathan die Nachricht, dass der Sultan ihn sprechen möchte. Nathan eilt sofort zu Saladin. Doch anstatt ihn um Geld zu bitten, stellt Saladin Nathan eine andere Frage. Welche Religion ist denn nun die wahre? Nathan erzählt daraufhin ein Märchen, die sogenannte Ringparabel. Darin geht es um einen Vater, der drei Söhne hat. Er liebt sie alle gleichermaßen und ihm ist keiner wichtiger als der andere. Die Ringparabel kannst du als einen bildhaften Vergleich, also eine Metapher, für die Religionen ansehen. Es gibt keine wahre Religion und das Judentum, das Christentum und der Islam sind alle gleich viel wert. Saladin ist beeindruckt davon und möchte mit Nathan befreundet sein. Kurt hat sich mittlerweile in Recha verliebt und möchte sie heiraten. Nathan ist aber zurückhaltend. Von Daya erfährt Kurt schließlich, dass Recha adoptiert wurde und gar nicht Nathans leibliche Tochter ist. Außerdem ist sie im Gegensatz zu Nathan auch keine Jüdin. Sie wurde aus einer christlichen Familie adoptiert und gehört damit ebenso wie Kurt dem Christentum an. Super, jetzt hast du schon einen ersten Einblick in das Werk bekommen. Du willst wissen, wie Nathan der Weise endet und wie du eine Szenenanalyse zu dem Drama schreibst? Dann bleib dran!